Hey, hoch, na? Ach, der Lukas auch noch. Und, tun dir auch die Füße so weh, Lukas? Mir tun die Füße weh. Darf ich runterfahren? Ja, aber Kurven fahren, Simon. Mach mal weg, dann kann ich hier nicht weg. Immer schön Kurven fahren, Simon. Und wieder Kurve fahren, ne? Ja, super. So, jetzt haben wir nochmal ein Video mit Lukas drin. Wolltest du mal mit Lukas lüften? Nee. Nee? Okay.